Tag, Tag, Tag und nun folgt eine Lesung von zu Hause, der Handschuh von Friedrich Schiller. Vor seinem Löwengarten, das Kampfspiel zu erwarten, saß König Franz und um ihn die Großen der Krone und rings auf hohem Balkone die Damen in schönem Kranz. Und wie er winkt mit dem Finger, auftut sich der weite Zwinger und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt und sieht sich stumm ringsum. Mit langem Gähnen und schüttelt die Mähnen und streckt die Glieder und legt sich nieder. Und der König winkt wieder, da öffnet sich behend ein zweites Tor, daraus rennt mit wildem Sprunge ein Tiger hervor. Wie der den Löwen erschaut, brüllt er laut, schlägt mit dem Schweif einen furchtbaren Reif und recket die Zunge und im Kreise scheu umgeht er den Loi. Und der König winkt wieder, da speit das doppelt geöffnete Haus zwei Leoparden auf einmal aus. Die stürzen mit mutiger Kampfbegier auf das Tigertier. Das packt sie mit seinen grimmigen Tatzen und der Loi mit Gebrüll richtet sich auf, da wird's still. Und herum im Kreis von Mordzucht heiß lagern die gräulichen Katzen. Da fällt von des Altansrand ein Handschuh von schöner Hand zwischen den Tiger und den Läuen mitten hinein. Und zu Ritter Delorges spottender Weiß wendet sich Fräulein Kunigunde. Herr Ritter, ist eure Lieb so heiß, wie ihm es schwört zu jeder Stunde? Ei, so hebt mir den Handschuh auf. Und der Ritter in schnellem Lauf steigt hinab in den furchtbaren Zwinger. Mit festem Schritte und aus der ungeheuer Mitte nimmt er den Handschuh mit keckem Finger. Und mit Erstaunen und mit Grauen sehnst die Ritter und Edelfrauen. Und gelassen bringt er den Handschuh zurück. Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, aber mit zärtlichem Liebesblick, er verheißt ihm sein nahes Glück, empfängt ihn Fräulein Kunigunde. Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht. Den Dank, Dame, begehr ich nicht und verlässt sie zur selben Stunde.